Der Weltraum. Unendliche Walten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Dorn, das viele Lichtjahre von zu Hause entfernt ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Dorn dringt dabei in Galaxien vor, die noch nie ein Gemma da zuvor gesehen hat. Aber natürlich, bitte beam, beam, beamy, nicht up, down. Natürlich. Der Preis ist der Neutralität. Viel Glück, Botschafter. Auf geht's. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Alles klar. Wir sind hier. Wir haben ein Ziel. Lasst uns nicht lang damit warten. Okay, hier überall. Na, hier ist, glaube ich, egal. Links, rechts den Stein entlang. Oh. Da sind sie, die Hörer. Attacke. Irgendwas lebt hier noch. Gerda. Jetzt nicht mehr. Wo schießt denn ihr da hin? Jetzt sollt ihr Atem sprechen. Sieg bedeutet Leben. Wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Und da ist schon der nächste Trupp. An Gegnern. Komm, mach ihm platt, den Großen. Läuft. Da, die Nächsten. Rutzel, zieh. Wir werden nicht lange aus dem Öffnen, wie das. Odo, Tukira. Wir fortifieren unsere Position nahe dem Großen Link. Entstanden. Wir sind auf dem Weg. Ja, wir sind auf dem Weg. Und macht sie fertig. Und hier noch ein bisschen. Hi. Ja, selbstverständlich. Ja, okay. Hier gibt's nix. Hier gibt es nix. Dann lass uns weiterziehen. Wir haben drei Ziele. Vier Ziele. Los. Ah, die Gründer reißen mit an. Das ist gut. Das ist gut. Jawohl. Wenn haben wir denn hier aus sterbenden Wechselbalk helfen? Hier helfe ich. Weil ich freundlich bin. Ich denke, wir sind zu late. Dieser Founder verliert morphogenische Matrix-Stabilität. Es gibt mehr freundliche Lebenssignisse. Wir sollten tun, was wir können für sie. Das ist nicht auf uns. Bleib mit uns. Wir brauchen alle, um den Herd zu kämpfen. Verstanden. So, der Kampf ging schon im Hintergrund weiter. Da man hier ja keine Ruhe hat, sich mal hier so alles anzutun und anzugucken. Da vorne. Tut was. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Kommt, ihr kriegt die schon klein. Noch einer. Dann kann ich hier mit Gründer sprechen. Ich weiß nicht, Herr Ziele. Ich danke dir für deine Service. Natürlich. Deine Selbstverständlichkeit. Was ist mit euch hier? Ihr chillt hier. Okay. Wir haben noch zwei. Halt. Hier oben muss einer sein. Der hat Vorrang. Jawohl. Sehr gut. Tötet, tötet es. Tötet es. Ich helfe mal dem Gründer. Wenn, wenn... Ich darf. Danke. Ist das eine Art solide Invasion? Ja, das kann man so sagen. So, einer muss aber noch. Überraschung. Macht sie alle fertig. Tötet es. Mal jetzt Ruhe. Mit Gründer sprechen. Okay. Optional abgeschlossen. Jetzt können wir da runter. Oh, da kommt sogar... Ach, der kommt mit. Das ist ganz cool. Ja, dann... Leute, wir haben es geschafft. Freut euch, jubelt. Odo? Odo? Du hast es geschafft. Gut. Wir brauchen all die Hilfe, die wir hier bekommen können. Es sieht, wie die Hercs sind auf der Linken gefreutet. Ich habe für die Reinforceungen gebeten, aber die meisten unserer Linien sind überrascht. Wir werden hier einen Stand machen und hoffen, dass der Doktor's Plan erfolgreich ist. Wenn nicht... Wenn wir verlieren, dann kann es der Tag, der Dominion sterben. Äh, richtig. Wir werden die Stellung hier und jetzt halten. Und da kommen sie. Attacke! Bitte sag mir, du hast mehr Gemhadar, die zu helfen. Die Anwärtskarte, die ich nicht. Die Telefon haben gefordert, aber sie können nicht in der Zeit kommen. Wir machen, was wir können, mit dem, was wir haben, dann. As always, until the end. Jawohl. Bis zum bitteren Ende. Nuris, wenn wir es nicht machen... Einfach in die Masse reinschießen. Jetzt ist nicht die Zeit, für diese Diskussion. Look around. Es ist ein besserer Zeit. Ich... Du bist richtig. Und ich verstehe, was du hast. Du bist. Und du wißt, wie sorry ich werde. Für alles. Ja. Ja, okay, hier ist sauber. Ich dachte, da war noch einer zurückgeblieben. Hier ist einer. Tötet ihn. Ich weiß gar nicht, wie lange wir das machen müssen. Bestimmt zeitlich gebunden, oder? Geht auf jeden Fall gut ab. 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 Okay, okay. Langsam wird es langweilig und darf aufhören. Geht auf jeden Fall gut ab. Geht auf jeden Fall gut ab. Geht auf jeden Fall gut ab. We can't hold this position much longer. That's Jem'Hadar, for we're about to die, Doctor. Are you ready? Not without the Ketracel components needed for the cure. Ketracel? Yes. Victory. Wait! Stop! Is life. Kill it. Kill it. Kill it. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich will nicht sagen, dass wir gewonnen haben. Es ist vorbei. Okay, hier ist aber einfach nichts. Ja, dann will ich doch. Ja, ihr seid aber noch bereit. Ja, lassen Sie uns zur Deep Space. Nein, zurück her. Und da sind wir wieder in der Krankenstation. Aber er ist noch da. Okay, mit Besser sprechen. Das war's für den Hörg Dreadnought. Der Kedracell-Extraction-Prozess war zu... ...devestig. Odo, Du hast ihn wie ein Kind, wenn wir ihn auf DS9 first gefunden haben. Und ich bin wirklich sorry. Er hat sogar einen Namen, wenn er uns hat. Ich werde sicher, dass er die Namen er nicht vergessen hat. Ich erinnere mich, seine ersten Tage auf der Station. All er wollte, war zu kämpfen. Es war nicht egal, wer. Wenn er zuerst, dachte ich, dass ich ihn nie wieder sehen würde. Oder, wenn ich so, es wäre wie ein Enemies. Der Mann, den ich Jahre später kennengelernt habe, noch wusste, wie zu kämpfen. Sie haben sein Leben verändert. Sehr wohl. Sie haben mein Beileid. Zum Tempel der Propheten gehen. Okay. Ich müsste doch mit dem Dukan auch nochmal reden. Theoretisch. Na gut, na gut, na gut. Lassen wir das. Interagieren. Mit was kann ich denn hier interagieren? Echt jetzt? Das ist schräg. Na gut, wir gehen zum Tempel. Warum stehe ich denn so komisch da? Als wenn ich immer noch im Kampf bin. Naja. Mit Captain Kira sprechen und mit den anderen beiden. Okay, wir fangen mit Kira an. Und hier sind wir. Wieder einmal. Es war ziemlich eine Reise, nicht wahr? In der Tat. Was werden Sie als nächstes machen, Captain? Stimmt. Ganz in der Nähe befindet sich auch unser gemeinsamer Freund. Und im Kammerquarton. Subtl. Aber Sie sind nicht falsch. Odo und ich haben viel zu tun, bevor wir zurückkommen sind, aber wir haben ein paar gute Schritte in diese Richtung. Ich denke, es wird auswählen. Auch das stimmt. Bis zum nächsten Mal, Captain. Okay. Loris. Kaiopaka. Ja, fangen wir mal mit Kai an. Worüber denken Sie nach, Eminence? In dieser Art von Angelegenheit vertraue ich auf Ihre Expertise. Ich hoffe, Sie haben recht, Eminence. So, die gute Loris. Hallo wieder, mein Freund. Es ist mir gefühlt, dass Sie sehen. Ich habe interessante Nachrichten. Ich hoffe, es hat nichts mit den Hook zu tun. Was ist denn mit Ihrem Dienst für das Dominion? Mit den Blessungen von Founder Odo, habe ich in dieser Quadrant geflogen, um meine Studie über die Orbe und die Prophets weiterzugehen. Ich werde hier auch als Repräsentant der Founder Odo hier sein. Diplomacy ist meine Spezialität, nachher. Ich bin sicher, dass wir uns wiedersehen. Es freut mich zu hören. Bis demnächst. Ebenso, Captain. Okay, gehen wir zurück zur Bar von Quark, um, naja, im Grunde genommen zu feiern. Oh, hier sind viele. Oh, hier muss ich mit vielen reden. Na, okay. Fangen wir an. Wo fange ich ihn an? Ich fange hinten an. Hier, mit dem Großen. Mit Nethpah. Machen Sie das Beste daraus, Captain. Okay, kurze Gespräche mit Gnog. Gleichfalls, was werden Sie als nächstes tun? Das ist, äh, eine Menge Arbeit. Gleichfalls, Captain. So, wenn wir da mal jetzt hier, General Martok. A hard fought battle and a well earned victory. And yet, we almost missed it. Our fleet would have never left the Empire, if it weren't for the swords return. Grilka tells me her former mate, Quark, had something to do with that. The sacred blade of Kaelis. Ihr derzeitiger Partner spielt ebenfalls eine Rolle. Yes, it was Worf's idea to ignite the Beacon of Kaelis. A bold move, but it paid off. Only a coward could refuse such a call to arms. In der Tat. The legend of Kaelis is stronger than ever. It would not surprise me, if the high council moved to create a new clone of the Emperor. There is great power in legend, after all. So ist es. Bis zum nächsten Mal, General. So. Und der im großen Nagus-Ruhm. We'll be here at DS9 until my ship is repaired. Fortunately, I have exclusive rights to the hollow sim of the battle. The sales of that alone will cover the cost of repairs. And then some. Some days it's good to be the Grand Nagus. I can't imagine. I don't like to think about how close to disaster we were, though. Fortunately, there were people like you out there to bring us all back from the brink. All those adventures. You've got quite a story to tell. That reminds me. Have you ever considered making a hollow biography? I think your life story would be quite popular. And profitable. I think you're a very generous offer for the rights. And cut you in on a share of the profits. Say, 25%. Ah, interessantes Angebot. Doch ich muss leider ablehnen. Search yourself. The offer still stands, if you change your mind. Ah, danke, großer Nagus. So, die gute Letta. Oh, I'm so glad to see this come to an end. But not as glad as everyone back on Ferengenar. It's a celebration of Rule 35 like no one's ever seen before. I mean, peace may be good for business. But things are really getting out of hand. Uh, via? When word got out that the Gamma Quadrant was open for business, the new Latinum Rush was on. Open borders and free trade policies. My husband was practically weeping with joy. Oh, poor Odo. He thought he had his hands full with Quark on DS9. Now he's gonna have an entire Quadrant full of Ferengi to deal with. Ich bin mir sicher, er wird diese Herausforderung meister. So, Quark. Welcome back. Seeing as this is a private party, and I'm in an unusually generous mood, you'll be getting the VIP discount on your drinks tonight. Äh, sie meinen, die gehen nicht aufs Haus? Did you take a hit to the head in that fight? I'm in a good mood. Not insane. Half off. Take it or leave it. Ah, in Ordnung. Danke. Das sollte er besser nicht hören, wegen des Schwerds von Kalless. Achso, wegen des Schwerds von Kalless. Not much to tell, really. Lex saw the error of his ways and gave it back. Then I had Grylka let Martok and Worf know, we'd recovered their precious relic. A quick handoff later, and the Klingons were off to war. Rom and I tagged along, mainly to see the look on Odo's face when I rode in with the cavalry. That was priceless. If I die tomorrow, I'll go to the Exchequer with a smile on my face. Ja, natürlich. Und sie haben da keinen Profit gemacht? Who do you think you're talking to? Nog? Unlike the Federation, the Klingons know the value of Latin Odo. I'm thinking of spending my cut on a smaller moon, to orbit the one I already had. I might even name it Odo. Sie leben gefährlich, Quark. Viel Glück. Can I get you something? Ähm, wegen des Schwerds hatten wir gerade. Ähm, mir geht's gut. Interessant. There's a message from Garrick on my monitor here. Text only. He wants you to meet him at his old tailor shop. Maybe he's had enough of politics and wants to get back in the fashion game. Probably more profitable in the world, right? And easier on the nerves. Das scheint unwahrscheinlich. I wouldn't keep him waiting if I were you. He looks for secrets when he gets bored and trust me. He's not the person you want poking around in your business. Mhm. Ich sollte nachsehen, was er will. Okay, Garracks Schneider-Geschäft. Ist das nächste Ziel. Dup, 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 dup. Bin ich hier richtig? Ich bin sowas dann richtig. Garrack? Thank you for meeting me here. Strangely, I find it easy to center myself in this shop. Even relax. Vielleicht, äh, sind das die Erinnerungen an ein einfacheres Leben? Quite so. Cardassia is about to begin a new journey, as it were. And I'll be going along for the ride. Das klingt, äh, spannend. Oh, it is. Cardassia has been offered membership in the Alliance and we've accepted. Our seat at the table was hard earned, but we're ready and grateful to join the ongoing efforts. Officer Exchange Programme have already begun. In fact, I suspect you'll be seeing more Cardassian faces in the future. I hope you show them the same courtesy as you've shown me in our shared adventures. Natürlich. Und wo werden sie währenddessen sein? Oh, I'll be spending time on Earth, Kronos, and New Romulus. The life of an ambassador is never dull, after all. Someone needs to make sure the Alliance doesn't forget about Cardassia. And I suppose that someone is me. I'll be sure to follow your exploits, of course. They'll be far more entertaining than economic forecasts and state functions, to be sure. Äh, danke, schätze ich mal. Captain Q. Mark. The conflict may be over, but there's still plenty of work to be done. The Lucari have offered to help the Herc restore their homeworld's ecosystem. And they've accepted it. Dr. Bashir will be working with us on this. It's our goal, to ensure that no Herc will go without Nourishment again. A. Ein ehrenwertes Ziel. Some time ago, I hoped for a path to peaceful resolution to our troubles with the Herc. I'm happy to be part of such a solution. At last. Thank you. For your efforts in getting us all to this point. To peace. Gern geschehen. Gute Reise, Captain. I believe our fearless leaders would like to have a word with you next. I have initiated a dialogue between the Dominion and the Karema in light of recent events. I feel it is imperative that their conflict is resolved peacefully. Whether that results in an independent Karema or not remains to be seen. But I shall endeavor to help them reach a result that is beneficial for both parties. The Havah's cool sector has been designated as independent from the Dominion and a Herc neutral zone has been established around it. The Empire will join the Federation and the Republic in keeping the peace between the Dominion and the Herc. We have experience in enforcing a neutral zone after all. In the other. Martok's use of the Beacon and the return of the Blade has led to a renewed interest in Kalos throughout the Empire. Some say that Martok stands with honor next to great heroes like Tukuvma, Voke, L'Rell, and Kang. As if getting along with a stubborn old Targ wasn't difficult enough. His ego will be larger than Mount Hamar at this rate. It is fortunate that Martok has little in the way of political aspirations. Otherwise I may need to kill him. Again. Sie weitermachen. Das Imperium stärker, Kanzler. Und der Admiral Quinn. There have been some significant diplomatic events since your return from the Gamma Quadrant. First, the Dominion is joining the Alliance. Having them as allies will take some getting used to. But the opportunity was too great to ignore. Das stimmt. Ne, da stimme ich ihrer Einsicht zu. As a condition to joining the Alliance, we requested that the Founders take steps to free the Jem'Hadar from their addiction to Ketracel White. I'm happy to say that Ambassador Odo is inclined to comply with that request. It will make things interesting in the Gamma Quadrant to be sure. Still, it's been a long time coming. The Jem'Hadar should be able to live their lives freely. Das birgt ein gewisses Risiko, aber wir sollten es eingehen. Erster, der Botschafter und Dr. Bashir würden gerne mit Ihnen auf der Krankenstation sprechen, wenn Sie Zeit haben. Na, ich hab verstanden. Zurück zur Krankenstation. Ah, wir sind ja schon beide. Die stehen vor der Krankenstation, okay. Ähm, fangen wir mit Odo an. Nicht alle Veränderungen werden beliebt sein. So sehe ich das ebenfalls. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, Botschafter. Bescheher. Bescheher. Sie tragen noch immer eine Uniform, Doktor. Ah, well, da ist viel zu tun mit dem Herc. Und als Teil der Starfleet wird mir helfen, Dinge zu passieren. Wenn ich nicht hier bin, werde ich mit dem Lucari und der Krupp der USS Aventine arbeiten, um den Herc zu erholen. Havas Kuhl ist für sie ein langer Weg nach Hause. Wahrscheinlich, aber ich habe mich mit dem Kapitän der Aventine verhöhnt, also es wird nicht zu schlecht sein. Die Kinder werden uns nicht befreit, bis Kumake und ihre Team restaurieren Havas Kuhl zu einem mehr habitablen Zustand. Ich bin sicher, dass wir uns bald wieder sehen. Ich bin sicher, aber bis dahin, sei sicher, Doktor's Orders. Mm-hmm. Wir haben das auch schon geschafft, dann begeben wir uns erstmal ein System zurück. Und nun haben wir es endgültig geschafft. Jetzt gibt es bestimmt noch das Abschlussgespräch, wie halt so üblich. Warten wir mal kurz. Was für mich importa, ist, dass du für das Dominion kämpfst, wenn wir es am meisten brauchten. Ich werde das nicht vergessen. Und dank der großen Link, nicht auch die Founders. Danke. Und damit, ja, wir dürfen so eine Belohnung wählen. Was haben wir denn hier? Schönes Torpedo, dies, das, Konsole, Taktik, das klingt ganz nett. Phasen-Wellen-Form-Barke. Was ist ein Phasen-Wellen-Form-Barke? Ja, ruft ein paar Kräfte der Hörgeiz-Verstärkung zu ihrer aktuellen Position herbei, um sie dort 25 Sekunden lang im Kampf zu unterstützen. Ja, okay, das ist in Ordnung. Würde ich tatsächlich nehmen. Was ist das hier? Waffenschaden gegen 97 Grad. Bla, 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 bla. Ah, ja, ja, ich verstehe, ich verstehe. Das ist... Ja, ja... Nett, aber nicht nötig. Ich nehme dann das. Und damit endet dann quasi die Quest nach Hause. Und auch die Quest-Reihe vom Gamma-Quadrant. Und wir sehen uns dann wieder beim Einleiten der nächsten Quest-Reihe. Also schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Christian. Untertitelung. BR 2018